Moinsen, hier ist Mrs. Moviesieker und Moviesieker Junior. Wir haben eine Ankündigung für euch. Nicht wundern, dass Moviesieker jetzt gerade nicht im Bild ist. Der hütet das Bett, der ist krank, wie man an meiner Stimme hört. Ich auch gerade, aber ich kann wenigstens noch ein bisschen reden, er gerade gar nicht. Am Sonntag wird er aber wahrscheinlich wieder fit sein und dann macht er für euch einen Livestream um 16 Uhr mit dem Filmfloh zusammen. Es wird nicht um Pickups gehen, sondern um alles mögliche andere. Das Pickup-Video kommt dann später. Er hütet das Bett. Nicht der Hüter des Lichts, sondern der Hüter des Bettes. Oh, Scherzkeks. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.